wurde jesus wirklich gekreuzigt warum steht die kreuzigung im widerspruch zu den kosmischen gesetzen und wurde durch die kreuzigung schuld und leid von der menschheit genommen oder war es nicht vielmehr andersherum diesen und weiteren fragen widmen wir uns heute gemeinsam am karfreitag und ich möchte vorab erwähnen dass ich keiner religion angehöre sondern nur meine eigenen gedanken und persönlichen weltanschauung mit euch teile auch möchte ich kurz darauf hinweisen dass wer streng gläubig ist und die überlieferten geschichten aus der bibel nicht in frage stellen möchte sondern sein altes weltbild behalten möchte für den ist dieser podcast vermutlich eher nichts bleibt somit nur dabei wenn ihr offen für eure eigene innere wahrheit zeit und die eigene innere wahrnehmung und überprüft immer alles mit eurer eigenen intuition mit diesem thema zu beginnen möchte ich vorab kurz mit euch teilen wie ich überhaupt darauf kam und es begann im grunde schon im alter von fünf jahren bei mir ich muss dazu sagen dass ich bis zum alter von fünf jahren noch nie etwas von jesus oder gott gehört habe ich wurde zwar getauft und ging später auch zur konfirmation sowie das eben auf dem auf üblich war aber meine eltern waren nicht sehr gläubig und sie haben mit mir im grunde genommen auch nie über gott oder jesus gesprochen aber als ich fünf jahre alt war da war eine tante bei mir zu besuch die mich abends ins werk brachte und sie meinte das wäre wohl ein hübsches ritual mit mir abends ein gebet zu sprechen und in dem moment wo sie das wort gott sagte oder jesus wurden meine augen immer größer und ich wollte alles darüber wissen und es war leider nicht besonders viel was meine tante mir damals mitteilen konnte aber es reichte aus dass ich von dem tag an jeden abend zu gott betete seither vergeht im grunde genommen kein tag an dem ich nicht in kommunikation mit der göttlichen quelle bin und natürlich hat sich das im laufe der zeit alles erst entwickelt zu anfang habe ich mich manchmal noch gewundert dass gott nicht direkt antwortete dass ich seine stimme nicht hörte aber mit der zeit lernte ich eben die kommunikation die göttliche kommunikation ich verstand auf anderen ebenen dass er zu mir sprach ihr zeichen und sendete oder ich einfach wissen in mir wieder erinnerte ja und ein paar jahre später da liefen dann im fernsehen zu ostern immer die jesus filme als ich jesus von nazareth oder könig der könige das waren immer mehr teiler und ich erinnere mich daran dass kein ostern verging an dem ich nicht diese jesus filme sah zum einen faszinierte mich das natürlich absolut was jesus mitteilte wie weise das war und wie liebevoll und sanftmütig er war und auf der anderen seite fand ich allerdings das ende der filme immer absolut dramatisch als jesus ans kreuz genagelt wurde und auch dass er anschließend auferstanden ist hat mich nicht wirklich über die kreuzigung hinweg getröstet und ich kann mich noch daran erinnern dass ich ein paar sachen in diesen film einfach nicht verstanden zum beispiel wurde jesus ja gewarnt am abend vorher dass er festgenommen werden soll und ich saß vom fernseher und habe jesus immer zugerufen lauf weg jesus lauf weg und ich habe es einfach nicht verstanden warum er nicht weggelaufen ist der wurde doch gewarnt warum ist er nicht weggelaufen wenn er wusste dass man ihn ans kreuz nageln will und jesus erklärte das natürlich dass sein vater ihm das auferlegt hat und dass er die sünden oder die schuld der menschen auf sich nimmt und die damit sühnen will was ich als kind natürlich auch überhaupt nicht verstand und als erwachsener im grunde genommen auch nicht denn es steht im absoluten widerspruch zu den kosmischen gesetzen wer sich mit den kosmischen gesetzen auseinandersetzt darüber habe ich auch schon mal eine folge gemacht er weiß dass es da ein kosmisches gesetzte ursache und wirkung gibt dass man auch karmann nennt und das ist ein gesetz an dem wir uns weiterentwickeln können wir selber setzen eine ursache und genau diese ursache kommt als wirkung wieder auf uns zurück das heißt wenn wir etwas gutes verursachen bekommt als wirkung etwas gutes zurück und dadurch erfahren wir dass es gut ist wenn wir aber was negatives verursachen kommt das auch negativ zu uns zurück und das muss auch negativ zu uns zurückkommen damit wir lernen dass wir gerade eine negative ursache gesetzt haben und wenn dann jemand kommt wie jesus und sagt auch ich nehme eure ganze schuld auf meine schultern damit ihr davon befreit werde lernen wir nichts wir lernen nichts aus unserer ursache die wir gesetzt haben weil wir die wirkung nicht spüren und das ist im totalen widerspruch zu den kosmischen gesetzen oder zu dem was hier auf der erde stattfindet denn es geht ja darum dass wir unser bewusstsein entwickeln und wenn jesus unsere schuld übernommen hat dann hat er uns unsere bewusstseins entwicklung genommen und das würde jesus ja niemals machen er war ja daran interessiert dass wir unser bewusstsein entwickeln also steht das im totalen widerspruch dass er sagt er übernimmt die schuld der menschen um die zu befreien was in wirklichkeit passiert ist dass dann keine bewusstseins entwicklung mehr stattfindet wenn durch diese geschichte quasi das kamer ausgehebelt werden soll das war etwas was ich überhaupt nicht verstanden habe und auch ja bis heute ganz klar sehe dass das absolut im widerspruch steht dass es gar keinen sinn macht so ein verhalten aus göttlicher sicht oder aus sicht von jesus und vor allem ist ja auch die frage ob die kreuzigung von jesus schuld von uns nimmt oder ob wir uns nicht viel mehr schuldig fühlen dass jesus für unsere sünden am kreuz hängen musste also wenn das tatsächlich so gewesen sein sollte dann würde ich mich ja jetzt umso mehr schuldig fühlen dass ich irgendwelche sünden in diese welt gesetzt habe und jesus musste dafür büßen das würde ich auf gar keinen fall wollen wenn so etwas passiert fühle ich mich ja erst recht schuldig das heißt in wirklichkeit ist es keine befreiung von der schuld sondern man lädt sich durch eine bestimmte weltanschauung noch mehr schuld auf und das ist weder in unserem sinne noch in jesus sinne noch in gottes sinne die kosmischen gesetze sagen ganz klar dass jeder die wirkung erhält von der ursache die ersetzt und das dient der bewusstseins entwicklung und niemand darf oder kann dazwischen funken das obliegt ihm der göttlichen kraft und es ist auch nicht so dass wenn wir eine negative ursache gesetzt haben dass wir die negative wirkung auch immer voll und ganz erfahren müssen sondern in dem moment wo du erkennst dass du eine negative oder in der bibel wird es ja genannt eine böse ursache gesetzt hast in dem moment in dem du das erkennst und es aus deinem herzen her bereust so sehr bereust dass du weißt dass du es nie wieder machen würdest dass es dir selber in dem herzen weh tut dass du das jemand anderen angetan hast und in kommunikation gehst mit dem göttlichen und das göttliche erkennen dass du diesen bewusstseinsschritt jetzt gemacht hast löst es sich sofort auf man muss es dann nicht mehr aussühnen oder wie immer man das nennen möchte denn man hat ja wieder zurückgefunden zur göttlichen verbindung und wenn man in der göttlichen verbindung ist dann gibt man sowieso nur das gute in die welt und das zählt doch in aller erster linie für jesus und sich aufzuopfern oder zu leiden sich leid und opfer aufzuerlegen das ist nicht gott gewollt da stimmt etwas in der geschichte nicht das ist ganz offensichtlich und das dritte was ich als kind auch überhaupt nicht verstanden habe ist als jesus gesagt hat dass gott das von ihm wollte sein vater wollte dass dass er sich kreuzigen lässt und auch da kann ich mich erinnern dass ich in dem moment gott anguckte mit großen augen also innerlich guckte ich den gott an zu dem ich jeden abend betete dachte so was du wolltest dass jesus sich kreuzigen lässt also sorry das war nicht der gott mit dem ich jeden abend sprach ich fragte ihn auch ob er das von mir vielleicht mal verlangen würde und ich kann mich echt daran erinnern dass er dabei gelacht hat also er hatte so einen gütigen blick also vor meinem inneren auge konnte ich das sehen diesen gütigen blick und dieses lächeln und er hat nicht geantwortet in dem sinne sondern seine antwort war dass ich doch die antwort bereits kenne er hat immer gesagt heike du kennst doch die wahrheit du weißt doch wie es wirklich war jeder von uns weiß es wie es wirklich war denn gott weiß wie es war und der göttliche funke ist ja in jedem von uns also wissen wir wie es wirklich war irgendwann kam ich dann in meinem leben an einen punkt wo ich mal erlebt hat dass jemand mir sehr übel nachgeredet hat und wir bezeichnen das heute als rufmord und was ich jetzt gerade kürzlich in einem gespräch mit einer seelenfreundin mit der liebten sandra jaja erörtert habe also ich habe mit ihr genau über dieses thema auch gesprochen und bei dem gespräch wurde uns ganz klar das rufmord früher kreuzigung genannt wurde also wenn jemand so übel nachgeredet wurde dann hat man gesagt der wurde gekreuzigt und das ist es was jesus garantiert passiert ist natürlich ihm wurde übel nachgeredet und man hat es genannt nicht rufmord sondern kreuzigung und ich kann mir vorstellen also ich will es gar nicht den geschichtsschreibern da irgendwas negatives nachsagen obwohl das natürlich sehr gut möglich sein kann aber es kann genauso gut auch einfachen übersetzungsfehler sein dass jemand das wortwörtlich genommen hat und was ich eben erfahren habe als ich diese art rufmord erlebt habe da kam mir das vor wie eine kreuzigung also ich hatte wirklich das gefühl oh mein gott mein ganzes altes leben wird gerade gekreuzigt ja und das was ich dann erfahren durfte als mir übel nachgeredet wurde war sehr interessant ich wurde ganz wie von allein aus diesem feld heraus genommen entrückt das wort entrückt kam mir immer in den sinn einfach dadurch dass ich dem gefolgt bin was ich seit vielen jahren macht meine intuition also ich sage immer das ist die stimme von gott die hatte mich an einen ganz anderen ort gerufen und automatisch wurde ich dann aus diesem feld des rufmordes oder auch der kreuzigung entrückt und ich ließ irgendwie so eine alte persönlichkeit von mir zurück wie mein ego das dann starb das dann gekreuzigt wurde ja oder es starb nicht das ego kann ja in gewisser weise nicht sterben aber irgendetwas altes geht mit dem man sich einfach nicht mehr identifiziert und als ich das selber so erlebt habe da hatte ich noch meine ganz intensive kommunikation mit gold weil ich das dann wirklich verstanden habe was jesus damals passiert ist auch er wurde entrückt das was als auferstehung bezeichnet wurde war im grunde genommen ein entrücken er hatte seine aufgabe in dem feld erledigt er hatte die menschen erreicht die erreichen wollte und die anderen menschen die noch da waren die er nicht erreichen konnte die wird immer als verlorene kinder bezeichnet die soll man loslassen und das ist es was er getan hat er hat sie losgelassen er wurde entrückt in eine andere region dieser erde und hat dort weiter gewirkt mittlerweile habe ich viele bücher gefunden zum beispiel auch von channel medien die über jesus wirken sprechen und zwar nach dieser geschichte ich verlinke dir das gerne mal in der video beschreibung das ist zum beispiel ein buch anna die großmutter von jesus ich weiß jetzt nicht genau bis das buch auch auf deutsch gibt oder was sie natürlich an aller erster stelle auch hier erwähnen möchte sind die die szene schriften die habe ich ja schon öfter mal genannt und sie wurden im grunde genommen erst vor 100 jahren entdeckt und vor einigen jahrzehnten ins deutsch übersetzt und sie waren versteckt viele jahrtausende in den geheime bibliotheken des vatikans und die ist jener schriften handeln eben auch von jesus lehre auch von jesus und da kommt gar keine kreuzigung vor es gibt da keine kreuzigung in diesen schriften und dann gibt es eine frau johannes johannes sie sie hat die szene schriften und die bibel miteinander verglichen ich glaube das hat zwei drei jahre gedauert bis sie das alles durchgearbeitet hatte und da hat sie im grunde genommen eins zu eins wiedergegeben in einem neuen buch das ungefähr einige hundert seiten hat hat sie ganz genau wiedergegeben dass die bibel im grunde genau abgeschrieben wurde von den szene schriften weil das überall an den gleichen stellen passierte aber eben nur in einer anderen form in der bibel anders beschrieben wurde das buch verlinke ich dir auch gern nochmal in der video beschreibung ja und so finde ich das persönlich sehr interessant und auch sehr befreiend mit einem ganz anderen blickwinkel auf diesen kfreitag zu schauen und an dieser stelle möchte ich auch noch mal erwähnen dass der kfreitag hier in neuseeland gut friday genannt wurde und als ich hierher kam und es zum ersten mal hörte dass kfreitag gut friday genannt wurde da habe ich gedacht guter freitag also ich meine was ist denn gut daran am kfreitag jesus wurde doch gekreuzigt aber jetzt aus dieser perspektive verstehe ich das natürlich ganz anders der kfreitag ist in wirklichkeit ein guter freitag und gut das wort gut ist so ähnlich wie das wort gott und im englischen ist es genauso das wort gott ist so ähnlich wie gut das heißt es ist ein freitag an dem wir gott sehr nah sein können und an dem wir auch gott fragen können jeder einzelne von uns wie war die geschichte von jesus wirklich was ist daran an dieser geschichte die uns überliefert wurde was stimmt mit der geschichte nicht und welche geschichte ist tatsächlich passiert und wenn wir uns dem öffnen und auch unser herz dafür öffnen dann können wir diesen tag in einen wundervollen göttlichen freien tag verwandeln in einen gott freitag alles liebe